Hi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute möchte ich euch gerne einen neuen Akkustaubsauger vorstellen und zwar vom Hersteller Silan. Für mich ist in letzter Zeit schon richtig trendy geworden, dass ich auf viel aufpasse, dass ich Geräte, die im Haushalt nutze, die per Akku betrieben werden. Ja, weil das einfach viel mehr Freiheiten lässt beim Arbeiten und man ist nicht immer so einer Stromquelle gebunden oder das Kabel ist eventuell zu kurz und solche Sachen und man hat einfach mehr Freiraum und kann sich freier bewegen damit und arbeiten. Hierbei handelt es sich um einen bodenlosen Staubsauger, bodenlosen, beutellosen, Entschuldigung, Staubsauger mit HEPA-Filter natürlich und ich muss sagen, ich bin wirklich sehr zufrieden. Das Gerät selber kostet 100 Euro und das ist eigentlich schon sehr wenig für einen Staubsauger und ich muss sagen, der saugt auch recht gut, also wirklich gar nicht mal so schlecht. Es gibt vielleicht oder bestimmt auch etwas stärkere, aber die sind dann in einer anderen Preisklasse und spielen natürlich auch in einer anderen Liga. Aber für 100 Euro bekommt man hier insgesamt ein solides Gerät, mit dem man auch gut arbeiten kann und auch zufriedenstellende Ergebnisse bekommt. Ihr bekommt hier einmal natürlich hier ein Netzteil, mit dem ihr das Ganze hier dann aufladen könnt. Einmal eine Bedienungsanleitung, darunter hier eine Garantiekarte, einmal diese Ladestation hier, einen Akku, der ist herausnehmbar und falls er mal kaputt geht, kann man den vielleicht auch austauschen. Der hat 2200 mAh und das reicht für ca. 25 Minuten durchgehendes Staubsaugen. Dann habe ich hier noch zwei verschiedene Aufsätze, einmal die und einmal die, das kann man hier so entfernen. Das bekommt ihr. Dann haben wir hier einmal die Bodendüse, die sich dabei dreht, wenn man das Gerät einschaltet und das finde ich sehr gut, weil das saugt dann einfach viel mehr ein und ihr seht auch hier schon. Das Ganze ist super beweglich in alle Richtungen und lässt sich hier aber auch noch mal trennen, um es dann vielleicht sauber zu machen und so weiter. Hier einmal zur Seite. Ist auch sehr leicht, also das Gerät selber insgesamt ist auch von Gewicht her angenehm, also die Gewichtsverteilung ist gut, man kann damit echt gut arbeiten. Dann, wie gesagt, das dient auch hier als Ladestation, obwohl ich mein Gerät hier, so wie ich es hier gerade drin habe, direkt hier anschließe und auflade, ohne den Akku rauszunehmen. Warum? Weil ihr müsst immer erst den Akku entfernen hier vom Gerät und den dann hier oben anschließen und dann aufladen. Dabei könnt ihr dann das Netzteil hier unten anschließen. Das finde ich ein bisschen umständlich, deswegen lasse ich den Akku und das Gerät hier und kann es dann auch hier direkt über den, wo war er denn? Moment, ah ja, hier aufladen. Ihr seht, ich habe hier auch schon eine Menge Dreck hier drin. Das ist auch wirklich feinste Staubpartikel. Ihr seht ja auch hier, wie sich das angesammelt hat, der ganze Staub und Dreck. Und so schaut das Ganze hier dann aus. Also, hat auf jeden Fall ein schickes Design. Ist aus Kunststoff. Hoppala! Und ist auch wirklich gut verarbeitet für den Preis. Kann man echt nicht meckern. Ja, die Ladestation tun wir auch mal zur Seite. Und, Moment, die Kamera ausrichten. Jawohl. Und wie gesagt, ihr könnt das Ganze hier auch sehr praktisch auseinander nehmen und ausleeren. Einmal könnt ihr hier unten das da hier aufklipsen und dann grob mal diesen Dreck hier raus machen. Dann könnt ihr diesen Filter entfernen. Und oben befindet sich hier auch nochmal der HEPA-Filter. Der ist hier drin. Ich will den jetzt nicht ganz rausholen. So, okay, hier. Und dann tun wir den einfach wieder hier rein. So, und Klappe verschließen. Das war's. Dann habt ihr hier einen Ein- und Ausschalter. Mehr ist es nicht. Und ihr habt eine LED-Anzeige, die euch durch drei Striche zeigen, wie voll der Akku ist. Ich schalte mal kurz hier ein. So, ich schließe das Ganze hier einfach mal mit der Bürste an. So, das war's schon. Und dann könnt ihr auch gleich sehen, wie die Bürste hier arbeitet. Wie ihr seht, die dreht sich. Und noch ein Future haben wir hier. Und zwar haben wir hier eine kleine Leuchte drin. Die dann einfach, wenn ihr irgendwo in dunklen Ecken seid, wo kein Licht ist, dann... Und die Geräuschentwicklung sind jetzt auch in Ordnung. Und wie gesagt, das ist echt super beweglich, das Ganze. Ist auch ein Laminat. Sehr schön. Und jetzt habe ich keine Kratzer anbekommen in mein Laminat. Und die kommt auch hier sehr gut runter. Jetzt bin ich auf jeden Fall schon mal ein bisschen stolz. Und hier liegt noch ein bisschen was. Und dann machen wir das. Und jetzt... Und dann geht es ab, was ich Continuierde, ich habe ihn zu sehen. Und jetzt haben wir hier ein bisschen weiter. Und dann können wir die Kratzer anbieten. Wir lassen uns das weiter. Und dann können wir das mal in forf Zeit. Und dann können wir das weiter. Und dann können wir hier auf strafchen. Und jetzt können wir das kräftchen. Und dann können wir uns. Und dann können wir das weiter. Und dann können wir uns. sehr beweglich und ich finde es auch super handlich und einfach zu bedienen hier machen wir wieder aus und ja was soll ich sagen das ist wirklich ein super staubsauger den ich gar nicht mehr missen möchte wie gesagt da gibt mir einfach die freiheiten brauche um hier meine arbeit sauber zu verrichten auch hier weil ich auch gerne hier im haushalt mit hilfe ja dann macht es auch spaß mal als man hier den staubsauger in die hand zu nehmen und damit hier rumzusaugen in der wohnung das kann der frau bloß recht sein wenn man es richtig macht ja ja das war es eigentlich auch schon von dem silan staubsauger hier und wie gesagt ich kann wirklich empfehlen für die 100 euro bekommt ihr wirklich ein gutes gerät also kann man echt nicht viel falsch machen probiert es einfach selber aus ja zwei jahre garantieren auf jeden fall und wenn was sein sollte einfach den hersteller anschreiben da wird bestimmt auch eine lösung gefunden denke ich mal aber bis jetzt habe ich damit wirklich keine probleme und kann euch den wirklich wärmstens empfehlen es muss nicht immer sehr teuer sein und das gerät macht das gleiche wie die anderen geräte natürlich auch ja das war's soweit danke die leute fürs zusehen und ich wünsche euch noch einen schönen tag bis zum nächsten mal schaltet wieder ein wenn ich wieder was neues gepostet habe macht's gut bis dahin tschau tschau